hallo und herzlich willkommen zurück zu entschraudet jeden tag muss ich ja wasser schöpfen man kriegt ja nur fünf jetzt kommt nix mehr am anfang hat man immer dreimal gekriegt ich glaube wenn ich drei tage nicht da war krieg auch dreimal ich habe vergessen nach unten zu drücken okay ausgerut bin ich 28 minuten kommt hierhin sonst haben wir alles okay wir gehen noch mal hier gesagt ich will die komplette rüstung haben und die ist da als wegpunkt setzen springen dahin das sollte nicht allzu weit weg sein es sieht direkt aus als wenn es vorne irgendwo 98 meter 46 meter hier hinten doch das sehe ich doch schon wollen wir selber in tod ok neun meter das ist hier oben da ist eine leiter wie konnte ich das denn die ganze zeit über sehen da oben ist es wie komme ich dahin komme ich denn dahin hier noch mal einen runter oder ist hier oben noch was ist hier was ja eine truhe und 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 was zum lesen das sind doch die schuhe warte mal war nicht hier unten noch 1 1 runter einen weiter runter da war da noch was kann ich das kaputt schlagen weil ich damit wie soll ich denn da hinkommen nein nein auf keinen fall wie kann mich hier hoch da leider hier oben leuchtet doch was hier oben da möchte ich gerne hin wie wie komme ich denn dahin ja so ungefähr neuer ort kartiert warte bergbauschacht was der bergbauschacht neuer ort kartiert welcher ist das jetzt was ist das was ist denn jetzt hier neu befestigung was ist das gibt es einen neuen stein hier zum bergbauschacht auf der karte anzeigen wie da bliskenforschung nee das ist doch nicht was ist das befestigung da muss ich hin noch mal tagebuch befestigung als aktive fest festlegen und dann schauen wir mal ok wo komme ich da hin so das wären 449 meter 58 59 60 nee wir sind draußen jetzt müssen wir in die richtung wie komme ich da hin wie komme ich denn dahin wir sind weg wir folgen dem weg was hier schönes was ist hier ist hier was zu finden irgendwie nicht so ok hier ist mir erstmal das ist aber ein tiefes mir erstmal kommt man hier wieder raus wie komme ich denn hier hinein da lang geh da sprich hier wir käme ich dann auch wieder raus ne warte 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 benutzen dann heisch popcorn und d so sieht doch gut aus ok ok hier ist ein weg glaube ich hier ist ein weg jaja nein muss den andersrum gehen und zwar in die richtung ich werde schon wieder beschossen was ist das für ein vieh möchte ich das jetzt machen ne möchte ich nicht geh weg hau ab verschwinde verschwinde wo bin ich jetzt wo bin ich die richtung Äh, die Richtung geht nicht. Hau doch ab. Aber ich muss. Okay, das ist voll im Miasma. 20 Meter. 116. Geht's hier irgendwo hoch? Ist hier eine Leiter, eine Treppe? Nee. Hier gibt's was. 85, 84, 78 Meter. Nee, da wird's mehr. Aber ich glaube, ich muss hier hoch. Komm ich dann hier irgendwo hoch? Ah ja, warte. Da. Nein. Hau ab. Na. Na, geht nicht. So. 86, 85, 85, ohne Miasma. Oh, Wurzel. Hau doch ab. Mann. Wird die bewacht? N70 Meter. Wird die bewacht? Gute Frage. Wartensichtschmiedern. Wartensichtschmiedern. Äh, warte. Oh, die ist weg. Die kleinen Drecksvieh hier. Ich nehm' ich nehm' ich nehm' meinen Zauberstab. Aber, es wären noch 79 oder 76 Meter in die Richtung. Aber, wo lang? 73 Meter in die Richtung. Geht's hier lang? Nee. Gibt's nicht. Das ist nicht weiter. Das ist natürlich doof. Ähm. Warte. Doch, hier. Hier geht das weiter. 41 Meter. Haut doch ab. 1,30 Meter. Nicht, dass es hier gefährlich ist. Was ist das denn hier? Äh, warte. Ist es das? Ist es das? Nee, ist es nicht. Hm. 31 Meter irgendwo in die Richtung. Wenn ich denn was sehen würde, aber... Ah! Nicht hier runterfallen, Digga. Fall nicht hier runter. Ich wollte testen, was das hier ist. Sieht aus wie Eisen oder so. Es ist Zinn. Okay. Wir haben Zinn gefunden. Sollte ich das im Miasma abbauen? Das ist eine gute Idee. Na, Bronzebacken kann ich jetzt machen. Nehmen wir ein bisschen was mit. Kommt nicht viel bei rum, aber... Was man hat, hat man. So, okay. Keine Ausdauer mehr. Bedeutet... Wir müssen noch mal ein bisschen Zucker zucken. Ich weiß nicht. So. Dann ging's da lang, ne? Wir sind 17. Komm, hier hätte ich auch abbauen können. 3, 2, 1, 0. Nö. Bergbauschacht. Ach so. Warte mal. Bergbauschacht. Äh. Bergbauschacht. Und wo ist das hier? Ich wette da oben. Wette ist irgendwo da oben. Warte mal. Bergbauschacht. Komm ich hier raus. Dann baue ich mir nämlich hier. Lasst mich! Also ich will jetzt erst mal hier raus. Okay. So. Perfekt. Okay. Also noch mehr von diesen Fliegedingern. Oh, nee, das Ding. Oh, nee, 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 nee. Besser nicht. Warte. Ja, so weit kommen wir nicht. Okay. Okay. Ich will mir hier einen Überblick verschaffen. Standort unten. Eh, Standort unten. Ich sehe die Kiste. Ich sehe die. Da ist sie. Da, wo mein Kopf ist. Da. Da ist die Kiste. Äh. Okay, bedeutet, wir bauen uns hier irgendwo ein Altar hin. Können wir den bauen? Warte mal. Flammenaltar. Ich habe keine Steine. Das sollte nicht das Problem sein. Das ist die Kiste. Das ist die Kiste. 3 4 5 Ich hab 5 Steine, sehr gut Hm Ne Handwerk V, das vergesse ich immer wieder 4 Steine, ok Falsch gezählt 5 Steine Äh Herstellen Kann ich denn überhaupt noch einen aufstellen? Gute Frage Wird den Hier so irgendwo hinstellen Ok Moment Ähm Kommt Dahin Wo die Gui Tine ist So Zu weit Oh ja, viel zu weit Oh, wir haben mit der Flamme kommuniziert Äh, kommuniziert Dann gehen wir nach Hause Bringen unseren Loot Weg Bergbauschacht Also hier gibt's Zinn Super Das ist ja gut zu wissen So, warte Ok, ja Was gut, Buff ist gleich weg Das eignet sich doch hervorragend Um Ähm Ja Die Folge zu beenden Aber zuerst Machen wir Irgendwas Ok, wir haben Die Schuhe Ruhe Das Ding Handschuhe Brustpanzer Und Helm Würde ich mir jetzt gerne nochmal Einmal angucken Ne Ähm Und zwar Hier bei Charakter So Wir nehmen den Wir nehmen den Brustpanzer Diese Handschuhe Diese Hose Diese Stiefel Ok, wie sieht's aus Also Schutz haben wir immer noch genug, ne Aber wir sehen halt massig gut aus Oder? Äh, warte mal Ja, ich will ein Bild machen Ja, ich finde das sieht Wahnsinnig gut aus Ähm, mit Y war's, ne So So Ich glaube, das war's Ok, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Wir sehen uns dann morgen Bis dahin, gehabt euch gut und Tschüss Musik